Dank, höchst du die Tür. Jo. Ich muss jetzt nur kurz meine ganzen Werte checken. Ich glaube, hier ist eine Truhe für dich, die kannst du aufmachen. Ja. Ja, die Temperaturen sehen alle super aus. Ich sehe schon die ganzen... Ich sehe schon die ganzen Brunen aufgemacht in dem einen Raum. Ne, ich bin rätselnd durch die Tür. Hä? Ist die Tür wieder geschlossen? Ich nehme die Falle hier weg. Ich bin die Falle reingelaufen. Hä? Wo bist du? Rechts und dann Treppe hoch. Rechts, rechts. Rechts, aber die Treppe runter und dann Treppe hoch. Nein, Treppe hoch. Hä? Ich verstehe nicht, wo du bist. Hier. Hier, hallo, rechts. Ach so. Aber du bist doch eine Treppe runtergegangen. Ja, natürlich muss man eine Treppe runter, ja. Ja, das ist ja ein Unterschied. Du, Treppe hoch. Hier links. Aber hier ist bestimmt auch irgendwas, oder? Ne. Ja, natürlich. Das ist eine Falle. Da würde ich ja nicht rein. Ja, ja, aber hier ist ja vielleicht irgendwas, außerdem die Kisten zerstören. Oder muss man das? Da kommen dann Skelette raus. Vielleicht. Achso. Kontagen. Was? Hier links die Pistole. Hier links die Pistole, ne? Hinter dir, hinter dir, komm mal her. Nice. Aber hier ist irgendwo ein Ausgang, ne, by the way. Also, ob du mir auf der Karte angezeigt hast. Wo ist der denn? Ja, hier. Ja, und? Achso, okay. Dann haben wir schon mal einen. Ja, und was muss ich hier mal gucken, was ich sehe? Ja, ja, etwa. Und ein großer Raum. Da oben sind solche fliegenden Viecher. Mach mal ein Bier zu, damit er weiß was ist. Sehr gut. Vergiss mich, solche kleinen Viecher droppen auch was, ne? Ja. Oh, ich hab's schon aufgehoben. Nur das ist dieses Altar. Achso, da ist noch eins, die mal vorsicht. Schocken. Okay, ist direkt dort. Da sind noch zwei, drei Viecher. Das sind die nervig, Alter. Ich weiß gar nicht, warum ich mein schlechtes Messer benutze. Ich hab doch einen Bogen, ey. Oder eine Armenbrust, wie auch immer. Na, egal. Das ist mal mit. Hä, was, 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 was? Ja, diese fliegende Viecher wieder. Ja, ich komme. Wir haben nur noch fünf Minuten, ne? Ja, ich nehme gleich den Ausgang. Ja. Ja, ich bin eigentlich auch ziemlich voll. Das ist mal ne Fisker. Ja, hier ist noch. Komm mal auf, die große hier. Warte. Achso, hä, warte. Ich muss ja irgendein komisches Minispiel spielen. Alter, ist das schnell. Junge. Okay, jetzt. Knowledge, Vigor und das ist Vigor und Knowledge. Das ist ein bisschen besser. Kann ich die Handschuhe hier reinmachen und dann noch das Ding hier rausmachen und den Helm reinnehmen. Ja, okay. Ich werde jetzt Ausgangsplatten suchen, ne? Also, du gehst den nach oben, ne? Der da. Ja. Warte, ich halte dich kurz. Ja, mach mal bitte. Okay, nice. Danke. 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 da ist ein spieler da ist ein spieler hinter mir ja ich bin schon weg wie schon weg wohin ich bin komplett in einem anderen raum werde ich jetzt eh nicht finden außerdem habe ich glaube ich einen ausgang gefunden sind nur noch zwei minuten über euch den spieler mein gott warum sind die zu zweit alter ach komm leckt mich man da habe ich den ausgang gefunden und sie sind dazu zweit eisbassade so eine scheiße man doch unglaublich ja ich sehe dich auch irgendwo nicht in irgendeinem großen scheißraum der mich absolut nicht interessieren braucht weil hier kein ausgang ist ne alter ich war fast da und dann greifen die mich zu zweit an solche scheiß wichser irgendwelche komischen spinnen hinter mir warum hat man nur zwölf minuten das ist so wenig zeit hier ist auch nichts ach gott ich verspende hier noch zeit hier oben hast du gerade eine tür aufgemacht na toll da ist da irgendein wichser ich bin gestorben ja ich habe ein spieler gekillt aber ich bin tot ist mir egal der arme kriegt ja der mensch von scheiß ey man alter solche bastarde ja das ist unglaublich oh ich sehe bei ihm auf der karte einen ausgang und erst rot oh man die schönen sachen die ich hatte du hast du hast wie ein du hast das du hast